Also was zählen eigentlich diese Neo-Umbrella-Dudes? Als Javo, oder? Ja, ich glaube, als Javo. Hm. Es würde für mich irgendwie keinen Sinn machen, wenn es normale Zombies oder so wären. Ja, bestimmt schon. Toll-Unchsss. Oh, ne, jetzt sind wir hier. Jetzt, um meinen Weg zu deinem Lab, Simmons. Ich kann nicht glauben, dass du dich verurteidest. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wo bist du jetzt? Hinter dir war ich gerade. Ach so. Leon. So. Ich denke, dass ich das auch verurteidest hätte. Ich helfe dir auf den Kopf. Zeige mal, McFord. Ja. Sie weiß doch, was er kann. Ja. Wo ist der Boy? Ok. Ich will wirklich einfach den Graber hin. Oh, ich hab noch nie ein Spiel oder in dem Fall eine Kampagne mit so viel Desinteresse gespielt. Das ist eine russische Locke. Es sollte nicht viel nehmen, um es auszupacken. Einmal. Cool, dass wir den hinterhalt überlegt haben. Ja! Oh. Oh, ich wollte gerade die Munition einsammeln. Bruder, kriegst du nicht. Okay. So, ein Ding können wir hier, glaube ich, reinstecken. Ja, ich stecke ihn rein. Das geht nicht. Geht nicht, Bruder. Geht nicht. Dann brauchen wir das zweite noch. Ja, würde ich auch sagen. Pass auf den Screamer auf, ne? Hä? Oh. Ja. Also hier ist nichts. Ja, gar nicht. Okay. Ähm. Kann ich doch bestimmt einfach mit dem Neuteil oder nicht. Ja, wirklich. Ähm. Ach so, gar noch dieses Weckling. Was? Hey. Okay, wir müssen den drinnen. Ne? Toll, der sagt uns sowas wieder rein müssen, ne? Sicher, dass du hier nicht nochmal was machen kannst? Komm mal her. Digga. Du hast doch bestimmt schon wieder einen Fehler gemacht. Ja, natürlich. Wetten? Wetten, du kannst damit jetzt interagieren? Okay, ich mach's nochmal. Du Negapimmel. Wusste ich doch. Haste dieses Spiel. Gerade jemand hat zu mir gesagt, das geht nicht, dafür braucht man bestimmt etwas. Hm. Ah, Mann. Du wirst dich doch, ey. Ist jedes Mal dasselbe. Wie jedes Mal dasselbe? Ich kann doch nichts dafür, wenn sie sagt, das geht nicht. Hm. Oh, Mann, ey. Fuck you, ey. Oh. Was hast du verdient? Ja. Storben wir doch bestimmt. Okay. Äh. Cool. Ja, gut. Du hast bestimmt wieder was falsch gemacht. Ich hasse dich. Ja. Was, was soll uns das sagen? Wo, wozu ist das? Digga, da leuchtet halt rot, ne? So, hier, was ist mit der Tür? Hier, leuchtet grün, geht nicht auf. Cool. Wie komme ich da rüber? Oh, wie komme ich da rüber? Oh, mit dem Pfeil wahrscheinlich nicht, okay. Hier. Danke. Aber nicht so passiv-aggressiv die ganze Zeit. Schau, das ist die Sniper-Rifle, die ich gerade sah. Okay. Ja, weil ist die Kiste jetzt runtergefallen? Ah ja, ist doch. Natürlich. Äh, es sagt mir, aber ich soll da, da runter auf jeden Fall. Ja, das ist haft. Warte. Stimmt. Stell dich da mal bitte drauf. Ja, aber dabei dürfte eigentlich nichts passieren, weil, ne? Ja, ein Spieler. Ich glaube, ich kann nicht weiter nach vorne. Doch, komm. Ne. Gib dir mal Mühe. Oh. Ich hab den Ausweg gefunden. Ja? Ja, ich auch. Ist das hier ein Silent Hill 2 Puzzle oder wie? Gut. Dann stell dich mal so, dass ich dann aufhöre, wenn du da bei der Light... Du stehst schon richtig, ne? Ja, jetzt. Okay. Sag Stopp. Stopp. Oder einmal noch. Ja, es könnte klappen. Nee. Okay, schieß den Trotz. Ich warte. Ja. Ach, er hängt da. Okay. Gut, dann können wir jetzt runter. Ich muss mich gleich minuten, Alter. Ich rass gleich raus. Okay. Hier ist ein... Ich hab Wappen Simmons Clan 2. Hier ist eine Folterkammer. Äh, okay. Oh boy. Gut. Nicht, dass ich dir hier den Spaß verderbe, den du hast. Hä? Spaß hab ich schon lange nicht mehr. Okay. Speedrun, ja? Ja. So. Und hier bist du dann auf einmal geragequittet. Ja, klar. Ich frage mich, was wir jetzt hier machen müssen. Ja, ich mich auch. Du machst es auf jeden Fall schon mal verkehrt. Ja, ich soll den da drauf schieben, ja. Aber ich kann den nicht nach... Oh, ey, sie hat so Tank Controls. Ich kann den nicht nach vorne schieben. Okay, dann schieb mal den. Doch, kann ich. Okay. Das wurde mir ja nur nicht angezeigt. Ja, okay, okay. Ja, okay. Cool. Mir fehlt hier leider noch ein Stuhl. Ja, mach ich. Okay, geht nicht. Hier ist ein Zombie, komischerweise. Was kann das wohl werden? Komm mal her. Komm mal her. Gut, gut. Ja. Ja. Ey. Lauf doch nicht außen rum. Komm her. Ja. Okay. Das reicht einfach. Das ist ein tolles Spiel. Ich möchte nicht mehr. Ja. Ja. Ich hasse immer noch diese Kamerafahrten. Mhm. Ich habe vorhin Resident Evil Revelations 2 ja kurz angetestet wegen Grafikeinstellungen und so. Mhm. Und es war einfach so instant das bessere... Okay. Okay, ich habe das getriggert. Und du warst auch in meiner Cutscene drin. Bist du jetzt hier unten? Nee, du bist weg. Wo? 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 Okay. Da bin ich jetzt hier unten mit ganz vielen Arrows. Hä? Hier sind... Hallo. Hi. Moin. Oh, ganz viele Arrows. Ah. Ah, hier geht's raus. Fons, wie sie gerade so gesagt hat, hier muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Also du kriegst wieder Arrows, das heißt ja Arrows. Ja. Äh, lutscht der ihn jetzt da, oder? Sieht so aus, ne? Ich muss nach dem Schuss nachladen, ja. Okay. Hm. Äh, jetzt passiert hier was, weil ich den niedergeschossen habe. Äh. Okay, ich versuch's nochmal. Nope. So, jetzt versuch ich's mal, wo die beiden weg sind. Oh Mann ey. Ne, die kommen halt sofort wieder. Die, die, äh, spawnen halt direkt neben mir in der Cutscene. Die müssen, die müssen weg auf jeden Fall. Ja. Ja, ich versuch's. Okay. Nice. Ich hol mir das Ding schnell. Ach, kann ich ja gar nicht. Ach, kann ich ja gar nicht. Das aufmachen. Ah, lustig, dass wir beide das aber nicht triggern. Ja. Oh Gott ey. Oh Gott ey. Das kann nicht daraus zu nehmen. Das wär ja richtig böse. Ja. Oh, dafür brauch ich jetzt das Ding, oder was? Äh. Ja Bruder, bleib ruhig. Ich stehe da unten noch. Ja. Okay. Okay. Hi. Und jetzt bin ich hier. Oh Mann. Na, wann sind denn die nächsten Rätsel dran? Tch. 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 Och, Rätsel. Okay. Okay. Äh, rette mich mal kurz, dann kann ich mir mein Glas voll machen. Mach das. Oh. Komm mal. Und dann erscheine ich. Okay, danke. Bitte. Gar nichts. Los, jag. Okay. Er hat also so lange gewartet, bis wir endlich gekommen sind. Ich glaube, wir müssen den Hinterhalt überleben. Hätten wir mal doch, äh, Zombie Hunter ausgerüstet. Ja, ne. Äh, hä, wo bist du denn jetzt? Was? Lol. Ich bin hier eingesperrt jetzt. Hahaha. Ich muss das alleine machen. Ja. Äh, da wüsste ich mal neue Skills aus. Ja, ja, mach ruhig. Okay, ich bin explodiert. Oh, ich hab Joe, äh, Zombie Hunter da gar nicht mehr. Die haben sich gerade gedacht, dass es hier zu wenig Explosionen gibt. Mhm. Dann bin ich einfach explodiert. Ah, der eine Zombie hier will mich haben, aber... Ja. Warte, kriegst ihn. Danke, danke. Bitte. Okay, jetzt geht meine Tür auf. Kannst du jetzt auch rein? Ja. Aber ernsthaft, wie sich das wie ein gammeliges DLC anfühlt, ne? Obwohl das ja schon im Base Game drin war. Ja. Ja, er... oh, ey. Okay. Doch, schaff ich. Ja, warte, ich hälfte. Ne, ne brauchst du nicht. Ne, doch, ich hälfte. Weiß nicht, warum Ada Wong das nicht alleine schafft. Ich bereue alles. Alles, was zu diesem Punkt hier geführt hat. Ja. Ja. Ich hab dir geholfen. Quatsch. Ja, okay. Ich treffe ihn nicht. Ne, alles gut. Äh, ich brauch das Quicktime Event noch nicht mal richtig drücken. Ich musste nur drücken. Gut. Gut. Okay. Okay. Jetzt darf ich wieder mitspielen, ja? Mhm. Du bist echt immer ausgesperrt, was ist das denn? Ja! Ich dachte schon die ganze Zeit, warum hilft mir die Nudeln eigentlich? Ja. Ja. Vor allen Dingen, ich hab sogar gesagt, ja, ich helfe dir und hab einmal nur da gestanden. Ich bin voll von deinem Support ausgegangen, ja? Ja, danach hab ich dann auch angefangen reinzuschießen, aber... Ja, gut. Ich bin ausgesperrt. Ist ich dein Ernst, oder? Oh Mann, ey. Okay. Ich kann nicht mal reinschießen. Mann, ey. Okay. Nice, danke. Ich kann auch nicht durch die Gitterstäbe schießen, du. Ja, du brauchst einen anderen, äh, eine andere Sichtweise irgendwie. Dann geht das. Okay. Okay. Hab ich Granaten? Okay. Aber wenigstens hab ich hier mal ein bisschen Gameplay. Bitteschön. Danke. Ich wette, wir können auch nicht gleichzeitig in so einem Raum. Ja, das kann sein. Ganz viele Emotionen, die ich brauch. So, ein Zombie noch. Ja, hinter dir. Der rote liegt hier einfach. Ja. Ich kann sein Gegenstand nicht aufheben. Oh. Boah. Ich hoffe, der Gegenstand spiegert das nicht. Oh. Nice, zum Glück, ey. Puh, scheiße, ey. Der Gegenstand liegt da hinten. Ja. Aber siehst du ja, ist ja ein Icon. Hier sind ganz viele Punkte, aber... Ja, hab ich alles. Nee. Das wird sofort deinstalliert. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal, und dann kommt irgendwie noch ein DLC mit einer komplett neuen Kampagne oder so. Alex, kannst du das wieder installieren? Ja, so hör ich mich an, genau. Okay. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Egal. Okay. Okay. Geh nach oben und nach unten. Alter, hast du den Grafik? Oh, lol. Nein! Ich hätte echt gedacht, dass ich jetzt instant sterbe, weil ich eine andere Position habe. Ja. Okay. Aber gut zu wissen, dass ich hier sterbe. Nicht aufstehen. Oh. Ah. Hilfe. Oh, da ist ein Zombie. Kann ich hier schießen? Ah ja. Solltest du. Habe ich. Du musst dich beeilen hinter uns, Bruder. Block ich dich? Ja. Oh, dicker. Oh, zufuck. Was? Nein! Ich komme hier nicht weg. Nice. Der war schnell tot. Ja. Ist mein Feiger nicht gelohnt. So, du Wurensohn. Okay. Der ist hin. Achso. Aber was jetzt? Achso. Oh, jetzt ist es. Oh, Mann. Ich wollte grad die Kistentränen. Weißt du, in manchen Katzins darf man sich bewegen und so weiter nicht. Das ist auch komplett random, ey. Mhm. Aber wir müssen in die andere Richtung gehen. Ja. Oh, hier war Kraut. Oh, das ist möglich. Aber nur einmal. Natürlich. Jetzt kommt eine ellenlange Zwischensequenz und jetzt... Oh. Alex? Ja? Ich glaube die Tür hat sich gerade geöffnet. Hä? Hä? Ach, ich stand auf einmal neben dir. Okay. Oh, Mann. Ach. Jetzt kommt die, äh... Deborah. Komm. Müssen wir jetzt also alle Key Scenes mit ihr spielen. Oh, oh. Ja, bitte nicht schießen. Hey, ich bin auch hier. Dann hilf mal, Leon. Mhm. Ja, okay. Nice, easy. Ja. Nächste Phase. Mhm. Wäre lustig, wenn ich jetzt bei Leon wäre und bei Helena, aber das Spiel ist zu scheiße, um das irgendwie zu registrieren. Ah, nice. Wäre lustig, wenn ich jetzt auch noch bei euch wäre. Ja. Oh. Du bist tatsächlich drüben, ich glaub's nicht. Daran haben sie gedacht, ey. Oh, hier ist ein Hebel, den ich nicht aktivieren kann. Ja, weil ich ihn wahrscheinlich aktivieren muss. Nee, ich glaube, Helena muss ihn aktivieren. So. Aber sie macht nichts. Du kannst ja noch weniger als nichts hier, ey. Ja, jetzt aktiviert sie. Ja. Okay. Ich muss ja eigentlich gerade A drücken. Ich bin so ne Basic Bitch als Charakter, dass ich hier auf den zweiten Charakter KI erwarten muss, ey. Der noch nicht mal der Hauptcharakter in der Kampagne ist. Ja, genau. Ist das scheiße. Es kann nicht real sein. Oh. Okay. Ich glaube, ich hab zu früh gezogen. Es gab zu wenig... Oh, nice. Es gab zu wenig Explosionen. Ich glaube, ich kreiere hier gerade einen Zeitparadoxon. Ja, ich glaube auch. Dann nehme ich sie töte. Ja. Kein Charakterfakt, nicht wo du auf einmal hergekommen bist. Nicht mal Ada. Nee. Typ ist einfach da. Mhm. Ja, ich darf den Hebel ja auch nicht aktivieren. Nee, nee. Warte mal auf, Leon. Der ist richtiger. Ja. Okay, ich... Kann hier nichts machen. Wait. Jetzt, macht er was. Lol, wie schnell sich das bewegt. Es war bei mir nicht so, als ich da gekurbelt hab. Egal, guck mal, was er für ein Strongman ist. Okay. Okay. Okay, aber ich kann Helena so umbringen, alles klar. Machen wir das jetzt nicht? Nicht schießen. Nee, nee. Ich mach nichts. Du zieht da alle Hurensöhne und dann explodiert das Ding nicht mal. Hä? Okay. Okay. Gut. Es war auf einmal link von uns. Ja. Alter. Weil wir das kaputt schießen, entscheidet sich das Ding also nach vorne zu fahren. Mhm. Oh Mann ey. So funktionieren Weichen. Echt? Wo sind wir, warum? Ähm. Ist das schon ein geheimes Labor? Ich hätte jetzt gedacht, dass das Ende wäre. Ich hab's auch gehofft, aber... Dann lass mich mal schnell kommen. Oh nein, das sieht nach nem Labor aus. Ach. Hier, du musst hier wie Boops machen. Ja, würde ich gerne, wenn ein fetter Arsch da nicht im Weg wäre. Okay. Oh, Gameplay. Forschungseinrichtung. Hä? Wo muss ich denn lang? Da. Oder da ist ne Tür. Ja. Seh ich bei meiner Gammaeinstellung irgendwie nicht. Oh, was ist sein Plan? Keine Ahnung. Durchbrechen. Ja. Jetzt gucken wir uns wahrscheinlich die VS Kassette auch noch an. Bestimmt. Die sich Leon auch angeguckt hat. Oh Gott. Fuck. Scary Jump Scare. Wow, zwei Schüsse, okay. Ja. Für die Armenbrust. Okay. Ja. Ja, okay. Aua. Das wird mal ein Pudel. Okay, Alter. Lächerlich. Okay, der lebt noch. Aua. Ja. Lächerlich. Ja. Das gucken wir uns jetzt aber an. Sie hat bestimmt irgendein witty commentary dazu. Wahrscheinlich sowas von, hm. Hm. Erklär ich dir später. Oder. Interesting. Ja, genau. Och. Jo. Lol. Das war gerade... Ja. Genau dieselbe Bewegung hatte sie auch aus ihrem Taucheranzug gemacht. Ja. Es war auch genau dieselbe Kamera und alles. Ja. Ja. Es war ziemlich... ...reveilig. Tch. Wie heißt das? Na, korrekt mich, wenn ich falsch bin. Aber nicht du bist auf diese Tape? Ada. Du bist der hinter dir. Häh? 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 Ich... Ich glaube echt Leute bezahlt wurden, ne? Für den Scheiß hier. Oh, ey. Oh, du warst besser als ich, aber ich habe mehr Leute gekillt. Börstere你的نسبchen. Ja. Tch. Es war ganz auf der ich trotzdem nicht mit, aber ich fühle mich nicht ganz klar